So, willkommen zurück zum nächsten League of Legends Game. Entschuldigung. Ich bin mit Chris heute mal auf der Botline, denn ich möchte mal Nunu Support ausprobieren. Ich habe den jetzt so einige Male gesehen und der scheint so irgendwie wieder so im Kommen zu sein. Und da habe ich mir gedacht, komm, da testen wir das Ganze doch mal aus. Und geben dem kleinen Nunu mal wieder eine Chance. Und mit Vayne funktioniert das eigentlich auch immer noch ganz gut, finde ich. Er hat immer noch den Speedbuff wahrscheinlich hochskillen und den Slow halt auf Level 1 lassen. Das sollte eigentlich reichen, denke ich mal. Haben die den NLCs als Support gespielt oder Jungle? Weiß ich gar nicht. Ich glaube Support und Jungle. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube eher, Jungle, guck mal, die Wards. The Wards of Doom. Holy fuck. Ich glaube nicht, dass wir dir den geben können. Alter. Ach, Alter. Du musst es einfach suchen nicht drauf zu gehen haben. Boom einfach. Ich komme auch jetzt gleich. Wir werden jetzt wahrscheinlich von hier kommen. Ich bin auch da Machen die Trades kostenlosen Spell hat Phenomen hat schon 10 Last Sits, Kale 0 Kale hat immer noch 0 Ich würd sagen bei ihm läuft Ich kann den großen Männchen nehmen Ich hab erst gleich wieder einen Stack Schon aber ganz schön eingeschüchtert irgendwie Ich versteh nicht wie man Also ich versteh echt nicht wie der Trainer mehr 14 Last Sits haben kann und Kale ein Der lässt dich aber auch gut gehen Der Twitch ne? Von Norvain vor allen Dingen Darf man sich auch mal Darf man auch mal nicht vergessen Bei Norvain kann man eh gut trainen Er hat ja keine höhere Range als ich Aber die Leona macht halt Oh lol Die Leona macht halt im Prinzip auch gar nichts Das ist wohl wahr Ich mach meinen Blood Bowl mal nicht auf Cooldown ne? Das... Ich könnte den zwar auf Cooldown halten Aber das frisst auch ne Menge Mana dann Ich geb dir den einfach wenn du den brauchst ne? Ja So auf ne? Nicht dass Nuno kommt Äh Nuno sagt schon Nocturne Ich kann den Dicken nehmen ja 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 den kann nur ein Wasser wenn du Ja den kann nur ein Wasser wenn du Ja den hat das auch mal gesagt Ja den hat immer gesagt Ja den hat immer gesagt Ne sie hat gesagt ich will den Dicken Den Dicken hat sie Ha Ha Get condemned bitch Ich geh mal eben warden ja Bro Ich werd mal den Fressen noch gar nicht hochskillen Das ist echt so krass ne wie wir einfach den Twitch hier komplett outfarmen und outzonen Alter das ist so krass Der hat 15 CS und du hast einfach 40 Das ist einfach nur GG Vayne Das ist einfach nur GG Vayne Wie leilt's Alter Es ist mir LOL der Heal LOL Nice Heal Bro Ihr kommt So Das Problem ist Wir sind zu schnell für euch 3 A's Das ist das Problem Das ist das Problem Wenn wir lange genug warten kriege ich vielleicht den großen Sag dir dann Bescheid ob ich den kriege Na ich kriege den Ich kriege den definitiv Den Dicken Den Dicken Den Dicken Es ist kalt hier Wupp Wupp Wie Gold hast du eigentlich? Ich hab jetzt noch meinen Cutlass Ich mach mal hier einen kostenlosen Spell Cutlass hast du schon das ist nice Ich würd sagen solange die Ward noch da ist können wir eigentlich hier bleiben Das ist das 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 Hat Skits eigentlich hoch Tumble ne? Nö wie W Ich dachte immer weil ich habe immer Tumble gemacht weil ich einfach einen geringeren cooldown hab weißt Naja Das hat man auch früher irgendwie gemacht aber Boah das hat ihn fast gekillt ey Get racked son Ich brauch gar nicht viel machen mit Ich kann wieder einen Dicken nehmen Naja Naja wenn man Blake kauft Beziehungsweise Skalist ja auch Attack Speed Das wäre einfach brutal Zum Schauen Wir kriegen vielleicht den Tower Oh Jetzt noch das Wind Oh das Bäckchen Würde ich sagen Echt? Ich hol mir definitiv jetzt erstmal Target Sprays Ein Feind hat geflogen Aber nicht den Kettchen in Du wirst niemanden schlafen Nicht den Yeti schlafen Kale Was ist passiert Rolf hier hat CS Alter der Kale hat zwölf CS Zwölf Was hat er denn in neun Minuten gemacht alter Ist er in AFK gegangen oder heute? Das kann doch nicht sein Wie kann man denn neun CS haben Das geht doch gar nicht Minute neun Minute neun Ich meine die hat der Range als mit der Range Von Relay die hat doch Range Ja keine Ahnung wie die das macht Die fällt anscheinend jeden Last Hit oder so Keine Ahnung Guck mal wie die auch gestartet hat Guck mal die hat Dagger und Empyphering Turm Die musste halt total retarded gestartet haben Das muss richtig richtig Fail sein Was ist das I told you to be playing Sancti 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 Ich geh mal in den Warden ne Bist du ohne mich ne Oh sorry, Bro Passt, passt, passt Oh, hab ich den Minion da extrakt? Jo Ich kann den dicken auch wieder nehmen Hast du gesehen wieviel Schaden ich da mit dem W-Max gemacht habe? Ja, ich hab extra meine Ulti abgebrochen Ich lass die Minions mal ein wenig finishen Dann verliert er den Fall Ich weiß mal wie krass das früher war mit dem Bloodboil ey Jetzt ist das 35% auf Level 3 Ich glaub früher war das doch 70 ne Ich weiß nicht Da war er doch Davon waren früher Ah, schade Ich hab den Ich hab meinen Spell Ich würde sagen, ich geh zurück Ich hab Play Ich hab den Alter, was ist das mit der Kay los da? Keine Ahnung was der war Der ist einfach mega an der Bob Vor allem, ich glaub der ist doch Dio, ne? Keine Ahnung, sowas kann nicht Dio sein Das ist krass, ey Der ist einfach mega gerackt, ey Ich weiß nicht wie der das macht, aber ne Bro Gross Und CS 428 Move und Speed hab ich, Alter GG Ja, ich würd sagen Das läuft bei mir Let's Rack dann Du hast auch schon Attack Speed von 1-3, Alter Holy shit, ey Du hast noch nicht mal Boots Oh Gott, ey Du musst nur aufpassen, dass der Trinner mehr nicht so fett wird, ey Kein Problem Du bist nicht so schlecht Komm her, Chris Ja, nice Noch einen Stack Ich glaub, wir sollten nicht pushen, weil wenn Wenn wir wieder gerankt werden Von Nocturne Ich hab Exhaust Ja Sollen wir einen Dragon machen? Gut Warte, warte, kann ich da drüben schießen? Warte, warte Naja, kannst du nicht, kannst du nicht, glaub ich Doch, doch, doch Easy So, jetzt versuchen wir den mal Die haben so Rackermitte Sicher jetzt erst Ich hab meinen Q noch nicht geskillt, das ist ein bisschen kacke Ops Okay Abbruch Lockte nicht da Übern Kann man sicher gehen Lockte die dann hier rein Wenn die kommen Lockte die dann hier rein Lockte die dann hier rein Bro Alter Oh Gott, oh Gott, oh Gott Du einfach ziehst sie auf du Ah, das war nicht gut Gar nicht gut, Bro Gar nicht gut Gar nicht gut Alter, die war ja fast tot, Mann Ich dachte, du hättest auch noch Flash-Ready Ich dachte, du hättest auch noch Flash-Ready Ist egal Wir können eigentlich direkt Blow machen auf dir, ne? Böse auf die, Leona ist tot, ne? Böse auf die, Leona ist tot, ne? Böse Leona, ja Naja Aber ist nichts zu schlimm Ah, ist schon kacke irgendwie Ich hab keinen Stack Kannst du einfach mal hier durchdrücken, ne? Böse auf die, Leona ist tot Auf die, Leona ist tot Ich hab keinen Ich hab keinen Ich hab keinen Vielleicht schon guten Attack-Speed, ey. Die ja gerne hier reinlocken, ey. Der Kayle hat 45 CS Minute 15, ey. Ich lach mich kaputt. Schau mal dann. Hier drauf. Hier drauf. Gott, wie kommst du? Wo ist sie? Komm, ich tank. Ich tank. Kommst du weg? Ach du Scheiße, Alter. Oh mein Gott, dann wieder. The Greed, Chris. The Greeds. Ich konnte meine Ulti nicht gescheit usen. Das war ein bisschen crappy. 3-0 eigentlich so unverdient. 3-0 hat der Twitch. Kann gar nichts, ey. Das passt. Ist egal. Wir haben noch ein gutes Team. Abgesehen von Kayle, der einfach... Mega-Brainer. Alter, ich hab fast so viele... Wie viel CS hat der? 55, Alter. 55 Minute 15, ey. Alter, er hatte ja auch schon irgendwie nach den ersten 2 Minuten, hat der Trinder mehr 15 und er hatte 0. Ich hab keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber... Es ist auf jeden Fall passiert. Ich muss sagen, ich hab aber einen guten Held gegen Trinder. Nunu ist perfekt. Nunu ist richtig perfekt gegen Trinder, weil ich kann ihn einfach komplett rausnehmen mit meinem E. Das heißt, wenn's dann nachher zu Teamfels kommt, Alter, dann... Get Wrecked, Alter. Get Wrecked, Son. So, ich hab jetzt auch mein Dings. Ich hab jetzt auch mein Titan... Gedöns, äh, Face of the Mountain Gedöns. Aus Brutes. 1,6 Attack Speed, Alter. Holy Shit. Okay, in der Mitte. Nice. Oh, oh. Wird da nicht reingehen. Oh, oh. Wird da nicht reingehen. Weg. Kurz. Kann ich nicht slowen, jetzt kann ich. Oh, Chris. Sorry, ich konnte nicht in seinen Spearfschild schlafen. Das ist ja scheißegal. Ich hab ihn durchgetötet, mal. Aber der Typ wurde auch gerackt. Oh nein! Don't! Kill the Nunu! Nooo! Don't be so rude! Nein! So rude! Der Blanc ist auf jeden Fall schon richtig okay. Tschüss! Der ist auch schon fett hochzuziehen. So, lass uns mal top gehen, Chris. Ich komm jetzt. Schau, wir machen den platt. Komm. Oder willst du fort? Der ist weg. Der ist weg, ja. Ja. 500 Movespeed, Alter. Ich renne hier rum wie so ne... Wie so ne... Flitze... Flitze-Miete. Renn, Vayne! Renn! Alter, du wirst aber echt zum Chase-Boss, ne? Mit dem... Mit dem Blood Boy... Ja. Blatt wohl nicht strong. Lass mir die Stacks doch, Mann. Ach doch. Ja, ich hab mich nicht gesehen. Das hat sich an diesem Item so, ey. Hallo. Twitch. Ich bin weg. Chris! Du kannst mich doch nicht retten! Nein! Ihr Noobs! Warum chastet ihr mich? Chase doch nicht den armen kleinen Nunu! Huuu! Dafür stirbst du gar nicht. Halt euch! Hier haben wir echt ne Ward. GG. GG. Die Ward hat euch gerackt, Alter. Ah, Trinameer macht uns platt, ey. Ah, wollte ich gerade sagen. Die Toplane hat da wirklich CS, ja. Toplane OP. Jobback geleistet. Hauptsache du hast den meisten CS, Alter. Das ist echt funny. Das ist wirklich extrem funny, finde ich. Komm. Let's go, Chris. Der Trinameer bleibt jetzt halt unten, ne? Der hat halt schon Static und Blade, Alter. Heilige Scheiße. Junge, push doch nicht die Lane, Alter. Mach dich weg! 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 Alter, zwei Attack-Speeder Der will wieder auf mich Tschüss, komm her Oh god, das ist wirklich ein Minimus-Buff Jetzt kam ich mit Freunde Ich hab die Brutal gekreitzt, Alter Ah, ich hab dir noch Tature gegeben, aber es hat nichts gebracht, sorry Massey ist auch so krass mit Bloodbolt, Alter Ist auch einfach nur Boss Ich hab den Twitch alleine gerackt, ne? Einfach Ulti, Frostbolt und dann... Oder Frostbolt und dann war der down, ey Was macht der denn da? Ich hab gerade gedacht, ey, ach du scheiße, mancher Typ, ey Einfach nur OP Slow So, rake halt ernsthaft Ghost mit, Alter, ich lach mich kaputt, ey Ghost und Heal Guck mal, die chase immer noch Suraka, never gives up Ich bin nicht da, Chris, ne? Du bist alleine Du bist down Aus, so dann Rewards Oh, die Flashes Kasse, Leona, ich liebe dich so viel Ach du scheiße, Alter Haha Haha, get slowed Komm doch her, du kleiner Noob Ich krieg dich sowieso, ich bin eh schneller als du Oh, Nurse Nurse Boom, Alter, in dein Face Boom Ins Face ge... Frosted Oh, ich glaub der Twitch war hier Oh, oh Guck mal, der kommt Aber ich bin schon längst weg Guck mal hier, Kale, let's go Let's do this Hallo Da werdet ihr einfach gerackt Meinen epischen Frost Bulls So, was hol ich mir denn jetzt noch? AP, also Magieresistenz brauch ich eigentlich nicht Dann mein ich noch AP irgendwas holen Irgendeine Idee, Chris? Ähm Vielleicht Dings, ne? Oh, ja Leandris Ich weiß nicht Kannst du machen, ne? Oder... Nashas Tooth Nee, das ist... Das ist Troll Ja, das ist Troll, ja Alter... Der Typ Der Drag Boy Ich bin zu schnell Ich bin zu schnell Ja, saugen Ich würd sagen, niemand kann vor Nuno davonlaufen Der Trindermeer von denen ist aber trotzdem irgendwie strong, ne? Der Trindermeer von denen ist aber trotzdem irgendwie strong, ne? Gimme Chris, Chris Ich hab immer noch das Item Das ändert sich nicht einfach so Das ist nicht einfach weg So, jetzt hab ich keinen Stag mehr Jetzt kannst du von mir aus drauf losballern wie du willst Geht Ome Da kam mein Frostbolt Einfach mein Eisblast aus 1000 Metern Entfernung Ich bin zu sexy für mein Shirt Ich bin zu sexy für mein Ich bin zu sexy für mein Oh mein Gott Ich hab ihn dir gesteilt Sorry, Bro Deshalb spiel ich gerne bei ihm Weil man kann einfach 2 gegen 3 spielen Deshalb ist... Nuno einfach... Nunu Einfach nur... Die Kites of Doom sind halt einfach Komm her, geh Komm her, geh Eat Let's eat The Minions Ha Die haben surrender Alles klar Leute Das war Nunu Ihr schreibt mir mal in die Kommentare Wie ihr denn Nunu spielt Und ob ihr überhaupt Nunu spielt Und wie ihr Nunu momentan in der Hero findet Oder in der Season eher gesagt Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dahin Haut rein